Ja, Hallöchen, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge vom Eurotrack Simulator 2, ihr Lieben. Jo, das ist jetzt Folge 7, ja, 7, ja, und schauen wir mal die Auftragsangebote an, ne? Ja, machen wir schnell Aufträge, no, bitte, na, Salzburg, Brünn, nach Tschechien, Leute, Brünn ist cool, was transportiere ich da? Gabelstapler, aha, Seemitiefbeteauflieger nach Prag, aber 6.000 bekomme ich, gleich Salzburg, Brünn, nehm ich an, von Salzburg nach Brünn, ihr Lieben, na, bitte, haha, na, machen wir weiter, Hier im Eurotrack Simulator 2, auf meinem Sim-Vogel-Kanal, ihr Leute. Hat ein bisschen Ladeschwierigkeiten gehabt. So, ihr Lieben, ich bin da mit meinem Gabelstapler, mit meinem Gabelstapler hier. Äh, nö, 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 aufsatteln, ja, hoppala, ich schaue mal, und zwar hier, mein Gabelstapler, das wird ein Sam-Vogel-Lieben, warte mal, F3, so, ähm, na, wunderbar, Leute, das wird ein Sam-Vogel, aber schaut schön aus, mit dem Scania, also das ist auch mein Lieblings-Truck, Leute. Äh, cool, da gehen wir's einmal an, Leute. So, dann geht's einmal los, wir fahren jetzt, jawoll, aber wohin? So, es geht auf jeden Fall los, wir fahren jetzt einmal irgendwo hin, ihr Lieben, ja, wo? So, wohin? Wohin muss ich? Ich hab kein, ich hab kein Navi natürlich in diesem Drecks-LKW, na, das ist ja wieder mal super. Aber, somit muss ich da jetzt. Somit werde ich jetzt hier fahren, fahren fahren. So, also, es geht auf jeden Fall, schauen wir mal da rein, es geht auf jeden Fall nach Brünn, Tschechien, mit dem Gabelstapler eben. Äh, wir fahren, ja, 5 Stunden, 10 Minuten, das wird diese Fahrt auf jeden Fall werden. Natürlich. Ja, da ist schon wieder dieser Ding eingeschalten, dieser, dieser Scheibenwischer auf der... Ja, alles umgestellt, wirklich. Alles umgestellt, schon wieder, mein Sohn. Ich, irgendwann einmal erschlage ich ihm echt. Leute, das gibt's ja nicht. Ja, es staut sich hier in der Stadt, auf jeden Fall. Da fahr doch weiter. Da kommt doch niemand. Wie hupisch schnell. So hupisch. Ja, ja, es geht weiter auf der Leiter. Hier, in, irgendwo, in, nirgendwo. Äh, ich, ich muss, Leute, ich muss das einstellen. Das ist, also, es ist so dermaßen mühsam, die ganze Zeit, immer nur diese Umstellerei. Ja, jetzt passt er. Ah, diese Stopptafeln hier. Also, ich komme aus dieser Stadt überhaupt nicht mehr raus. Ja, ich bin auf jeden Fall in Salzburg, Leute. Ich bin in Salzburg, 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 Salzburg. So. Polizei, servus. Grüß dich. Ah, dieses Kabel, wirklich, beim Controller. Stört mich. Ich muss immer wieder schauen, dass ich eh, auf jeden Fall, einmal. Dass ich nicht, äh, über 50 kmh fahre, Leute. Ja, ich fahre noch so lange, Leute, und ich bin noch immer in Salzburg. Weil dieser Stau, Stau, viel Verkehr halt da, überall, die ganzen 100.000 Stopptafeln und keine Ahnung was. Und ich muss nämlich immer genau da fahren, wo Stopptafeln sind, Leute. Das ist normal, das ist Wahnsinn. Ich finde es doof, dass in diesem Truck kein, kein Navi ist. Das finde ich richtig blöd. Das finde ich richtig doof, Leute. So, irgendwo muss ich dann nach rechts, wahrscheinlich eh hier. Wie soll ich denn da überfahren in der roten Ampel? War denn, da war doch kein Haltezeichen, Leute. Also, das muss ich mir jetzt in dem Video dann anschauen. War da ein Haltezeichen? Ich meine, sicher war da die Ampel und man muss vor der Ampel stehen bleiben, okay. Aber ich habe nicht einmal eine Haltelinie oder irgendwas gesehen. Normalerweise sind bei den ganzen Ampeln eine Haltelinie. Lass mich da durch, ich bin da jetzt. Wenn ich schon blinke und du siehst das, du Vogel. Ja, wie viel darf man fahren? 80. Okay, Leute. So. Ja, es regnet wieder. Das ist ja wirklich super, wenn es regnet. Ich liebe es ja. Diese Sau wieder. Da muss ich ja mal, also knappe 5 Stunden fahre ich jetzt noch nach Tschechien, Leute. Ja, das wird die erste Reise nach Tschechien. Ja, habe ich gleich was gefunden, habe mir gedacht. Ja, Tschechien, passt, fahren wir hin. Letztes Mal war es ja Bratislava, Leute. Das war Slowakei. Und jetzt fahre ich halt Tschechien. Ich habe doch mein... Da geht es wieder bergauf, Leute. Eine schöne Lieferung. Hoffe ich halt. Ja, mein Licht habe ich eh anders, Basti. So, normalerweise müsste ich... Ich weiß nicht, das ist ein älterer, älterer, älterer. Ja, ich habe doch das angetan hier. Irgendwas... Das ist Wahnsinn. Jetzt. Das geht nicht. Oder ist es einfach nur, weil es bergauf geht, Leute? Ja, weil jetzt auf einmal passt das jetzt. Warte, ich muss mal kurz die KMH einschalten. Oh, Wahnsinn. Dieses Wetter, echt jetzt. Vier Stunden fahre ich noch. Ja, wird hoffentlich eine gemütliche Fahrt werden, Leute. Ich habe doch geklickt. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, es hat es angenommen. Wo steht... Irgendwie wäre es doch schon toll, wenn man da irgendwie gekennzeichnet bekommt, ob man das angemacht hat oder nicht. Es ist neblig, Leute. Ah, es ist so schirch. Na, richtig schirch, Leute. Uäh. Leute. Aber dann sollte ich nach rechts rüber. Ich sehe kein Auto irgendwo. Weil irgendwie muss ich da... Na, da muss ich gar nicht rechts runter eigentlich. Aber es zeigt mir auf jeden Fall einmal an, dass ich auf die rechte Seite rüber muss. Eine kreisliche Fahrt nach Tschechien, Leute. Nee. Das will ich nicht. Ich will das nicht. So. Irgendwie. Ich weiß nicht. Also gefällt mir der Truck. Scania mag ich. Wirklich. Ich bin ein Fan von Scania. Aber der ist so alt, Leute. Kein Navi drin. Die Anzeige ist so komisch. Irgendwie so laut im LKW. So klapprig. Leute. Leute, ich freue mich schon wirklich, wenn ich meinen eigenen LKW habe. Dauert zwar nach 50 Folgen. Ja, erfasst Leute, kommt hin. Ist jetzt Folge 7 oder was? Also glaubt man gar nicht, dass ich 78 kmh fahre. Ja, Wahnsinn. Ich fahre 78 kmh, Leute. Aber das schaut gar nicht so danach aus, Leute. Aber das Wetter gefällt mir gar nicht, echt jetzt. Das Wetter gefällt mir gar nicht. Genau, jetzt erstaunt sich sie. Warum werdet ihr langsamer? Vögel! Nur weil da die Polizei am Rand steht oder was? Die stehen doch eh am Rand. Da kann man doch normal vorbeifahren, beziehungsweise nur ganz, ganz wenig langsamer werden. Aber doch nicht stehen bleiben, Leute. Wahnsinn, echt. So, wo muss ich hin? Ja, jetzt kann ich den Scheibenwischer schon ausstellen, weil das ist wieder schöner geworden. Rüber da. Muss aufpassen. Ich muss nicht runter nach Amstetten. Nö. Jetzt muss ich mich wieder rechts halten, oder was? Ja, 80 darf man fahren. Genau, 80 fahre ich. Wahnsinn. Wie im Bilderbuch, Leute. Auf der E60 unterwegs Richtung Tschechien. Drei Stunden noch Fahrzeit. Vielleicht wird es ja mehr, wenn wieder mal eine Baustelle ist oder eine Straßensperre. Also ich finde es schade, nach Großheinsatzdorf kann man doch nicht fahren. Ja, das ist doof. Ah, mein Kaffee hier trinken während der Fahrt. Das ist cool. Eine beschauliche Fahrt überlandt. Auf der A1. Ich könnte eigentlich rechts rüber fahren, weil normalerweise ein LKW auf der rechten Seite zu fahren hat auf der Autobahn. Leute. Dann mache ich das auch, oder? Damit die ganzen Raser an mir vorbeirasen können. Ja, wirklich. Also das ist das, was mich schon stört. Wenn ich auf der Autobahn fahre mit meinem Auto, ja. Und ich fahre eh schon 140 kmh, ja. Obwohl 100 an gewissen Stellen, ja, so 130 erlaubt sind, ja. Und ich fahre eh schon 140. Wumm, wumm. Da schießen sie trotzdem vorbei auf der linken Seite. Ich verstehe es einfach nicht. Also das ist das, was ich nicht verstehen kann, echt. Fahrt man ohnehin schon 10 kmh mehr, als erlaubt ist, und dann überholen sie dich trotzdem noch mit 20, 30, 40 kmh schneller noch. Also, es ist schon unglaublich. Leute. Was es wirklich für Idioten auf der Straße gibt, das ist, sorry, aber es ist wirklich so. Dabei müsste ich ja eigentlich gar nicht so nett sein und auf der rechten Spur fahren, wenn ich eh schon 10 kmh schneller fahre, als erlaubt ist, ne. Müsste ich ja normal gar nicht. Aber ich bin ein Idiot, also gutmütig, ne. Und liebevoll und mache es trotzdem. Leute. Natürlich ist da gesperrt. Ja. Leute. Irgendwann einmal reicht es mir. Jetzt habe ich wieder eine Umleitung oder was. Normalerweise gleich da durch. Was ist denn da schon wieder passiert? Jetzt habe ich wieder eine Umleitung von, ja, wieder 40 Minuten Verspätung. Also, das war ja schon in der letzten Folge so, Leute. Nur wegen einer Straßensperre, obwohl eigentlich nichts zu sehen ist, muss man ausweichen. Und da habe ich über eineinhalb Stunden Verspätung gehabt. Sogar knappe zwei Stunden. In der letzten Folge war das. Als ich nach Slowakei gefahren bin. Und jetzt wieder. Über eine Stunde Verspätung. Nein, nicht einmal. Ja, gut. Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde Verspätung. Ja, aber trotzdem. Ährert mich das irgendwie. Das ist leider Gottes der Alltag eines Transportunternehmens. Also, wenn du für ein Transportunternehmen arbeitest, Leute. Wahnsinn. Den Tanken muss ich eh nicht fahren. Ja, das mit den Ruhezeiten ist ja ein bisschen... Ja, das geht eigentlich noch. Aber wenn ich andauernd immer Verspätungen habe, dann muss ich dann schon irgendwann einmal schlafen. Haha. Und dann sucht man sich halt zum Beispiel hier so auf der rechten Seite. Da ist auch gleich eine Schlafgelegenheit nämlich. Das sieht man auf der Karte hier. Auf dem Navi. Aber da brauche ich jetzt sowieso nicht hin. Ja. So viel Verspätung schon wieder. Ja. Ich meine, da denkt man, ja, eh nur Dreiviertelstunde Verspätung. Aber das merkt man eigentlich. Also man merkt das schon richtig. Das ist das genauso, wenn man jetzt einen Zug verpasst und zehn Minuten dann länger warten muss. Die zehn Minuten merkt man, wenn man dann zehn Minuten dann später in die Arbeit kommt. Der Chef steht schon da. Hallo, was soll das? Haha. Das merkt man natürlich. Natürlich kann man dann auch früher wegfahren, das ist klar. Aber dann meistens, wenn man dann früher wegfährt, hat man trotzdem eine Verspätung von... ...einer halben Stunde gleich oder mehr. Das ist so wie jetzt zum Beispiel. Naja. Muss ich halt den Umweg fahren, Leute. Muss ich halt den Umweg fahren. Es ist halt so. Manns Wörth. Das ist ja eigentlich, kann es sein, das ist bei Wien, ja, glaube ich. Oder? Oder ist Manns Wörth schon Niederösterreich? Ich meine, ich glaube schon Niederösterreich, aber das ist irgendwie so Grenze zwischen Wien und Niederösterreich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, okay, Leute. Geografisch. Ich weiß zwar fast, also fast jeder nicht, aber ich weiß viele Hauptstädte von den Ländern. Okay. Aber das... ...ganzen Städte, also die ganzen Dörfer und keine Ahnung was. Also da, da bin ich geografisch dann schon. Leider Gottes. Hört's da auf bei mir. So, da vorne fahr ich dann... ...nach rechts. Gut, da geht's eh nur nach rechts. 70 kmh. Langsamer werden. So, da muss ich natürlich jetzt schauen, dass ich da... ...mich nicht verfahre. Na gut, da geht's jetzt eh eigentlich nur... ...da rechts runter und jetzt geradeaus weiter. ...leiter, wurscht jetzt. So, da kommt niemand. Rausfahren. Rausfahren da. Bruder, ne? Ja, eineinhalb Stunden, da bin ich auch wieder da. Ah, hoppale. Ich hab gerade rüber auf mein OBS-Studio geschaut. Ah, Leute. Aber irgendwie... ...hat mich das irritiert, Leute. Ah, nach rechts abfahren. Gut. Dann mach ich das, Leute. Ich fahr nach rechts. Ja. Braha. Brunno. Gross-Ensers-Dorf, Leute. Ich fahr Richtung Gross-Ensers-Dorf. Schau doch mal. Ah, 50. Okay. Da geht's jetzt eh bergauf. Leute. Hey, cool. Na klar. Also da kann man dann weiter vorne auch noch rechts nach Gross-Ensers-Dorf direkt runterfahren. Da kommt man dann Richtung... ...nach Aspern. Also zum Ölhafen Lobau, Aspern und so. Ich kenn mich daraus. Leute. Bin ich aufgewachsen. Aber das, glaube ich, ist noch nicht zugänglich. Es wäre natürlich schon schön, wenn sie das bringen würden oder so. Dass man wirklich danach... Glaube ich aber nicht, Leute. Es ist zwar ein größeres Dorf, Gross-Ensers-Dorf, irgendwie aber jetzt doch nicht so weltbekannt oder so. Oder europamäßig bekannt. Dass es wahrscheinlich so sein wird, dass es jetzt nicht machen, dass man da hinfahren kann. Ah, Leute. Weil zum Beispiel hier kann ich zum Beispiel... Kann ich da schon abfahren, wenn ich nach Gross-Ensers-Dorf hier runterfahren würde? Ja, schaut einmal doch. Also ich könnte da rechts abfahren. Da komme ich Richtung Ölhafen runter. So, kann ich da auch noch... Da kommt man nach Poesdorf und Mistelbach. Na, Leihwand. Das finde ich cool, Leute. So, nicht einmal mehr eine Stunde. Braha, Brno, Beusdorf, Mistelbach. Nach rechts. Na, bitte. Ab nach... Braha. Oder fahre ich nach Brno? Leute, wohin fahre ich schnell? Schaue ich gleich nach. Nach Brno. Nach Brno, Leute. Nach Brno. Brno. Ich spreche das so gerne aus, Leute. Brno. Brno. Da, das erinnert mich an eine Fahrt, Leute. Es war wirklich... Es war unglaublich. Ja, da bin ich einmal gefahren. Da habe ich meinen Bruder abgeholt. Von... Von... Von einer Feier. Und da bin ich halt gefahren. Wo war das Richtung Wien? Ja, also nach Wien eigentlich. Und ich habe mich so schlimm verfahren, Leute. Und war dann fast in Brno. Wirklich? Dann war ich fast in Brno schon. Ja, ich war schon fast auf der Grenze zu... Zu Tschechien. Ah, Leute. So schlimm verfahren habe ich mich da. Also so schlimm hatte ich mich noch nie verfahren irgendwo. Ja, Wahnsinn. Oh, 70. So, tanken muss ich nicht. Müde bin ich bis zur Hälfte nur. Das geht sich alles aus. Halbe Stunde bin ich da, Leute. Na bitte. Und dann haben wir das nächste gemacht. Fertig. Äh, die nächste Strecke fertig gemacht. Ich bin neugierig, wo es mich als nächstes hinverschlägt. Also jetzt war ich natürlich von Österreich nach Österreich. Also lokal halt bei mir. Und dann halt in Slowakei. Jetzt fahre ich Tschechien. Super wäre es einmal irgendwo nach Deutschland zu fahren. Aber das wäre schon wirklich eine große Reise. Da spreche ich dann schon von 10 Stunden aufwärts. Ah, Leute. Aber mein Pech momentan. Die letzten zwei Folgen jetzt. Nur Umleitungen. Ich wäre schon längst da. Aber ich sehe das Ziel schon, Leute. Ich bin in Tschechien. Jawohl. So, pass auf, wo du hinfährst. Schau doch mal, die schneiden die Kurve extrem. Also das ist blöd gemacht worden vom Spieleentwickler. Die KI. Habt ihr das gerade gesehen, wie weit rüber der gekommen ist? In der Kurve. So dass ich ausweichen musste. Und dass ich ohnehin keinen Platz habe. Leute. Ah. Nervenaufreibende Fahrt. 80 kmh darf man da in der Ortschaft von Brunow fahren. Ich glaube nach Tschechien sehe ich. Hey Leute. Oh mein Gott. So, gleich muss ich nach rechts. Und ich bin da. Jawohl. Passt. Mein Kaffee hier genießen. Jetzt wird's grün. Ja, sag ich ja. Während ich Kaffee trinke, wird's grün. Unglaublich. Wunderwöhn genommen, Leute. Zeigt mir die kmh gar nicht an. Es hat einen Bach gerade, Leute. Mein LKW hat einen Bach. Das ist es. Schaut einmal. Es zeigt 0 kmh an, obwohl ich 28 kmh fahre. Also hier am Dacho. Zeigt er 0 kmh an. Wieder ein Bach. Wieder einen Bach gefunden, Leute. Bari, bari, Bach. Äh, wo muss ich da jetzt hin? Ich muss hier rüber. Also nicht rechts rein, sondern ich glaube jetzt, dass ich doch... Muss ich da jetzt... Entschuldigung, Leute. Muss ich da jetzt rein? Das ist blöd gemacht, Leute. Na, jetzt kommt der Autos. Muss ich da jetzt reinfahren? Ja, jetzt lass du mich aber fahren. Du fährst aber mehr als 50 kmh, Kollege. Da muss ich ja reinfahren, oder? Passt. So. Natürlich packen wir selber ein. Wieder einmal. No, bitte. Wohin soll ich mich da packen? Hier hin. So, hier hin muss ich mich packen. Da möchte ich aber auf jeden Fall mich ordentlich gerade stellen. Also das wird jetzt... Ja. Also es wird ein bisschen eng. Äh, da muss ich hin. Gut. Dann werde ich mich hier mal fast auf die Straße stellen, Leute. Haha. So, tut mir leid, Kollegen. Jetzt müsst ihr ein bisschen warten. Na bitte, Leute. Das... So ist es ja. Ah, vielleicht bin ich doch ein bisschen zu weit. Super. Passt. Jawohl, Leute. Gut. Dann haben wir das geschafft, ihr Lieben. Na bitte. So. Ohne Unfall, ohne Anstoßen, ohne irgendwas. Perfekt. Ausgezeichnete Lieferung. Und es gibt einiges an Erfahrungspunkte. Und ich bin level up, Leute. Ich bin level up, Leute. Level 4. Und somit kann ich was verbessern. Zerbrechliche Fracht wäre cool. Transportzerbrechliche Fracht freigeschaltet. Rang 1 werde ich jetzt machen, Leute. Ha, super, Leute. Gut, somit habe ich 29.000 Euro. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Wo es dann hingeht, keine Ahnung, ihr Lieben. Da bin ich einmal gespannt drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Game over. Euer Simfogl. Ciao. 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 Ciao.